Hallo meine Lieben, wie ihr in der Überschrift schon erfahren habt, habe ich wieder ein Unboxing für euch. Und zwar hatte mich die Firma Biggest Craft angeschrieben und angefragt, ob ich von denen nicht auch Produkte testen möchte. Was ich sehr schön fand, die sind ja auch aus China und haben mich auf Deutsch angeschrieben. Fand ich sehr schön und für mich auch natürlich einfacher und habe gedacht, okay, denen gebe ich auch mal eine Chance. Übrigens, ja, dann hatte ich auch die Info bekommen, wenn ihr hier was bestellt, es entstehen für euch oder für uns allgemein keine Zollgebühren. Und das ist ja auch schon mal was. Ich habe die Info bekommen vor acht Tagen, dass man das Paket rausgeschickt hat. Ja, und heute am 23.12. ist es angekommen. So viele Videos wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber jetzt hat sich das alles so ergeben, dass das jetzt noch vor Weihnachten gekommen ist. Und dann habe ich mir gedacht, hau die Videos raus, damit ich euch noch über die Feiertage so richtig schön nerven kann. So, mal gucken hier. Fangen wir mal hier mit an. Ja, ich habe mir hier ein kleineres Bild ausgesucht und zwar auch wieder 14 Count, weil ich habe, wie gesagt, auf 11 Count noch nicht gestickt mit drei Fäden, weil ich dann, ja, kleinere Bilder bevorzugte und die 11 CT, also Count Bilder sind mir immer zu groß. Und habe mich dann halt auch für 14 CT und das ist 27 mal 19 Zentimeter. Ich hatte geguckt, wenn man sich die Bilder anschaut, diese Maße sind immer die Außenmaße. Ja, also nicht das Bild an sich, sondern immer von Stoff zu Stoff. Ja, das ist zwar nicht von, wie heißt der Anbieter, Joy Sunday, aber es ist auch in so einer Hülle, auch mit der ganzen Beschreibung, also es ist identisch. Und, ja, dann schauen wir mal. Das ist dieses kleine Bild. Na, das ist doch ideal. Ich habe jetzt wieder eins mit Vordruck genommen. Dann, wenn ich irgendwo bin, ist es wirklich für mich einfacher, wenn ich auf Vordruck da sticke. Und, ja, wie ihr seht, sind auch nicht viele gerne. Also warum auch? Es ist, wie viel sind es, 18 Farben trotzdem. Aber, äh, es ist ja nur ein kleines Bild, da braucht man ja nicht so viele Farben. Dann sind auch wieder, wie gehabt, diese zwei Nadeln mit den großen Ösen dabei. Das mache ich mal hier weg. Ja, und dann, äh, gibt es das natürlich auch hier diese Stickvorlage. Ja, ne, dann ist das auch, diese Stickvorlage könnt ihr zum Beispiel auch nehmen, wenn ihr sagt, ihr möchtet nicht auf so einen Stoff sticken, sondern auf einen anderen Stoff und, oder auf eine kleinere Kauenzahl, dann könnt ihr dieses, ähm, sozusagen übertragen. Ihr werdet entschuldigen, das ist mit dem Licht hier. Ja, hier, Entschuldigt bitte. Ähm, hier sind auch die, die Symbole mit den Zahlen und Buchstaben, die DNC-Nummern und auch hier die einzelnen, ähm, Sachen, die man findet. Wie zum Beispiel, das Lilane ist die 11, so, und die 11 ist die DMC-Nummern 801, ja. Dann guckt ihr hier, die 11, so, und, äh, hier auf diesem ist es hier das Lilane, aber auf der, ähm, Mensch, das blendet heute. Na, das ist so ein, so ein, so ein Papier hier auch. Aber hier seht ihr, ähm, das ist hier das Lilane, die 11 und wie gesagt, das ist auch das A, also wenn ihr diese Vorlage nehmt, dann, äh, sind das hier andere Symbole. Hier sind's die Farben und hier sind's die Zahlen und Buchstaben. Sehr schön. Und das ist, ähm, 108 Stiche in der Breite und 80 Stiche in der Höhe. Also ein wunderbar kleines Bild kann man super, super mal machen. Auch für Anfänger sehr gut geeignet. Man hat dann gleich ein, ein schönes kleines Bild. Ja. So. Dann hatte ich mir ausgesucht. Und zwar, das würde ich beim nächsten Mal mit euch mal ausprobieren. Vorausgesetzt, ich krieg das auf. Ach so, man kann's auch so machen, rausschmeißen. Und zwar sind das Nadeln, die eine Öffnung in der Öse haben. Ich hab das schon mal gesehen, bei Ali damals. Und, ähm, ja, bin aber irgendwie nie dazu gekommen, das zu bestellen. Und das will ich dann mal ausprobieren. Weil ich habe davon, ähm, geteilte Sachen gehört. Also, ich hab gehört, dass es gut sein soll. Und von anderen hab ich gehört, dass das halt nicht so ist. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das euch zeigen kann. Und dann, seht ihr hier, ich würde mal von meinem anderen Projekt mal einen Faden nehmen. Kleinen Moment. Von meinem kleinen Winter. So, dann kann man eigentlich, hier ist diese Öse. Mal näher ran, dass er das zeigt. Und schon ist das drin. Seht ihr? Ist das drin. Und dann kann man mit sticken. Also man kann dann das rausnehmen. So. Und dann mach ich das nochmal. So. Mal nah ran machen, dass ihr das auch seht. Komm. Komm, mach mit. Mach mit. Mach mit. Der will jetzt nicht, ne? So. Und dann. Hängt man das hier dran. Ja. Man muss natürlich auch richtig. Ich muss es so. Ich bin Linkshänder. Ich muss das denn so zeigen. Und hier rein. Seht ihr das? Und dann kann man mit denen die Nadeln sticken. Also das probiere ich auf jeden Fall aus, wenn ich wieder ein Stick mit mir mache. Also das finde ich gar nicht so verkehrt. Mal sehen. Ja, da sind hier einige drin. Die kosten auch, glaube ich, 2 Dollar noch was oder sowas. Also wie viel sind das? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja, in unterschiedlichen Längen. Also das wird auf alle Fälle ausprobiert. Was mache ich denn mal hier rein? So, und dann habe ich etwas. Das hatte ich gesehen bei einer anderen YouTuberin. Itza Meets heißt sie, glaube ich. Also der Kanal. Da hat sie das in ihrem Adventskalender gehabt, glaube ich. Und dann habe ich mir gedacht, das brauche ich auch. Das hat mit Kreuzstücken jetzt nichts groß zu tun. Aber das hat mir gefallen. Und ich wollte das einfach mal ausprobieren. Ich sage mal, es ist sicherlich... Ja, ich sage mal... Ich will nicht sagen Kitsch, aber es ist halt was Niedliches. Und... Ja, und zwar ist das eine Taschentuchbox mit... Ja, wie kann ich das beschreiben? Also kann man umwickeln mit Wolle. Also ich selber habe es noch nicht gemacht, noch nicht gehabt. Und ich habe das bei AliExpress gesehen. Und dann auch bei diesem Shop habe ich mir gedacht, das probiere ich mal aus. So, hier ist eine ganz dicke Nadel. Ist man auch wieder nicht gewöhnt. Aber gut, man muss ja dieses dicke Garn hier irgendwie reinbekommen. Und zwei Klettverschlüsse. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das nur dafür da war, dass das die Nadel halten soll. Aber da gucken wir mal. Das tue ich mir mal da hin. So, und dann habe ich hier Weiß. Das hat Lila. Oder Flieder. Den Beige. Grün. Und so ein kräftiges, dunkles Violett. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich als schwarz. Aber es ist dunkles Violett. Und hier sind so die einzelnen Platten. Die man dann, ja, fragt mich nicht, wie das dann geht. Das muss ich mir dann mit durchlesen. Oder vielleicht hat der eine oder der andere das schon mal probiert. Oder kennt das. Das ist so wie hartes Plaste. Und hier ist ja zum Blick dann die Beschreibung. Zwar auf Englisch. Ne, Quatsch. Chinesisch. Oder Japanisch. Je nachdem. Weiß nicht. Und so wird das dann gemacht. Wow. Ich muss mal schauen, ob es bei YouTube irgendwie schon ein Video von sowas gibt. Muss ich mal schauen. Also wenn jemand sowas kennt. Oder mir den Link mal schicken kann. Wäre ich euch sehr dankbar. Also man macht wahrscheinlich nur halbe Kreuze. Und wickelt das dann so drumherum. Gut. Wir werden das ausprobieren. Aber mir hat das so gut gefallen. Also von der vom Kanal Itza Meets. Sie hatte das mit einer Katze. Und dieser Shop hatte hier dieses Haus. Und dann habe ich mir gedacht. Das mache ich. Ja. Diese Sachen habe ich mir ausgesucht. Über die Nadel bin ich auch sehr gespannt. Wie das funktioniert. Und meine kleine Eule. Die Sachen, wie gesagt, habe ich mir ausgesucht. Von bigisgrasp.com heißt der Shop. Ich tue euch das Ganze mal in die Videobeschreibung. Auch die Links zu den Produkten. Und zu dem Shop. Der Shop hat sehr viele Sonderangebote. Also da müsst ihr mal schauen. Wenn ihr auf die Seite geht. Werd ihr erstmal bombardiert. Von den ganzen Rabatten. Und so weiter. Aber da werdet ihr bestimmt das eine oder das andere finden. Ja. Guckt da einfach mal rein. Und ja. Dann danke ich euch wieder, dass ihr mit dabei wart. Liebe Grüße an euch. Bleibt gesund. Habt ein schönes Weihnachtsfest. Und wir hören uns. Oder sehen uns dann. Nach Weihnachten wieder. Ich danke euch. Macht's gut. Eure Stickliesel. Und wir sehen uns dann.